. 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 Hallo. Hallo. Schönen guten Abend. Ja? Ja? Danke. Nicht so schlecht, oder? Nicht so schlecht, ja. Ich werde gerne so begrüßt. Wie geht's heute zum ersten Mal? Nach dem Unfall sogar in den Flieger gestiegen? Ja, das erste Mal hier, das erste Mal geflogen. War schon ein bisschen nervös, weil man nicht so richtig weiß, wo man den Rollstuhl abgibt, mit dem ganzen Gepäck, wie das so abläuft, gell? Und wie man auch dann ins Flugzeug auch kommt. Aber es war ganz smart. Wir haben uns Zeit gelassen, aber ich bin hier, ne? Ja. Auf jeden Fall. Freuen wir uns sehr. Christina, der Unfall ist jetzt fünfeinhalb Monate her. Krankenhaus Reha, darüber werden wir natürlich nachher auch noch sprechen. Mittlerweile natürlich auch viele Interviews gegeben. Es gab eine Pressekonferenz. Gibt's mittlerweile schon eine Frage, wo Sie sagen, oh, bitte nicht, die geht mir so auf die Nerven. Ja, da muss ich vielleicht viel enttäuschen, ne? Wann ich zurück in den Essenssport gehe? Also, welchen Sportart ich mache und wann zurück? Also, ich hab ja mal gesagt, dass ich mich nicht hetzen lassen möchte und gerne mal atmen möchte und überlegen möchte, was ich in meiner Zukunft so anfange. und ich fühle mich dann immer so gehetzt, als wenn ich müsste. Und die notiere ich gleich, Frage wird sofort gespricht. Genau. Für immer. Nein, nicht für immer, aber. Ich freue mich sehr auf das Gespräch. Wir haben vor ein paar Tagen schon miteinander geskypt. Wir haben einen Deal ausgemacht. Ich darf alles fragen. Und logischerweise muss man nicht auf alles eine Antwort geben. Aber ich glaube, da wird schon das eine oder andere Spannende auch dabei sein. Toll, dass Sie heute zu uns gekommen sind. Danke. Christina Vogel. Ich glaube, ganz viele Menschen würden den Kopf in den Sand stecken und mit sich hadern. Sie sind völlig anders, lebensbejahend, optimistisch. Woher nehmen Sie diese Kraft und diese Energie? Ja, das ist eine sehr, sehr aufgestellte Frage aktuell. Ich weiß es gar nicht so. Vielleicht ist es doch 18 Jahre Leistungssport, die dann einen doch irgendwo geprägt haben. Was man als Sportler ganz gut konnte, was einen ausgezeichnet hat, war einfach Situationen zu akzeptieren und daraus jetzt besser zu machen und nicht verlorene Chancen irgendwie hinterher trauern und einfach die Situation nehmen, wie sie ist und versuchen, so schnell wie es geht, vorwärts zu kommen. Und das mache ich jetzt einfach auch. Und zwar in einer wirklich sehr beeindruckenden Art und Weise. Das, was in Ihrem Leben passiert ist, das könnte im Grunde fast schon drei Biografien füllen. Alex Kramer hat sich mal versucht an einer Art Kurzbiografie und mal zusammengefasst die wichtigsten Stationen aus dem Leben von Christina Vogel. Die Geschichte der Christina Vogel. So emotional, so dramatisch, aber auch so inspirierend. Ich bin da und ich bin immer noch ich, nur eben anders. Beim Training im Cottbuser Radstadion kollidiert sie am 26. Juni mit einem niederländischen Nachwuchsfahrer. Ich bin mit knapp 60 Sachen aufgeprallt und normalerweise fliegt man da ein bisschen, wenn eine Pralle irgendwo ist, aber ich lag innerhalb von zwei Metern und ich bin quasi wie gegen die Wand gefahren. Zweieinhalb Monate liegt sie im Krankenhaus, ist vom siebten Brustwirbel abwärts gelähmt. Eine Spendenaktion wird ins Leben gerufen, ihr Unglück berührt. Die Anteilnahme ist riesig. Im September dann der erste öffentliche Auftritt. So stark, so positiv. Ich hätte vom Hals abgelehnt sein können. Das heißt, Armfunktion ja oder nein. Also ich hätte ein Pflegefall für immer sein können. Ich hätte aber auch tot sein können. Für Christina Vogel ist das Glas eben immer halb voll. Wer nach ihren starken fragt, bekommt immer wieder ein Wort zu hören. Energie, 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 Energie. Mit 19 war sie schon einmal verunglückt, nach dem Training mit dem Fahrrad. Am 20. Mai 2009 bin ich nach Hause gefahren, bergab. Und hat ein Fahrzeug mir einfach die Fahrrad genommen und hat mich geschnitten. Und ich konnte nicht mehr ausweichen und bin dann in die Heckscherbe reingefahren. Zwei Tage lag Christina Vogel damals im Koma, kämpfte sich zurück, nahm ihr Schicksal mit Humor. Jetzt habe ich Namen an den Schultern und ich habe meine dritten Zähne. Jetzt erst recht danach ihre Devise. Und jetzt sind sie Olympiasieger. Ist das eine wahnsinnige Geschichte. Miriam Welte, Christina Vogel sind Olympiasiegerinnen im Teamsprim. Noch ist Vogel vorne und es reicht. Oh, ist das knapp. Die verliert den Sattel im Finale und wird Olympiasiegerin. Elfmal wird sie außerdem Weltmeisterin. Keine hat mehr Titel vorzuweisen. Tja, ich bin halt frei. Ich habe keinen Druck. Ich habe alles erreicht in meinem Leben, was man sportlich erreichen kann. Ich muss nichts mehr beweisen. Diese Worte wählt sie auf der Pressekonferenz nach dem Unfall. Beeindruckend. Sie schaut nach vorne, fühlt sich frei für neue Dinge, kämpft mal wieder mit viel Energie in der Reha und hat schon neue Ziele. Es gibt zum Beispiel auch einen Tony Hawk des Rollstuhlfahrens. Der Junge, der fährt Halfpipes. Das will ich auch. Über Ziele und Träume, Christina Vogel sprechen wir natürlich auch noch. Mir ist dadurch tatsächlich erstmal wirklich richtig bewusst geworden, Sie sind ja, wenn Sie auf diesem Fahrrad sitzen, überhaupt nicht geschützt. Nur durch die Haut und durch den Helm. Und der Unfall jetzt war nicht Ihr Erster. Das haben wir gerade in dem Beitrag auch nochmal gesehen. Bei dem Unfall aber jetzt, wussten Sie sofort, ich bin querschnittsgelähmt, ich spüre meine Beine nicht. War das sofort da? Sofort. Der Unfall selber, der ist schwarz. Ich habe da keine Erinnerung dran. Vielleicht ist es auch was Gutes, dass ich, wenn ich jetzt Banner-Sport gucke, keine Angst habe und einfach das gucke, was ich 18 Jahre total geliebt habe und immer noch liebe. Aber ja, ich bin aufgewacht und habe sofort gemerkt, okay, stimmt irgendwas nicht. Ich habe dann so einen extremen Druck in mir verspürt und meine Unfallhelfer, Maximilian Lewin, Maximilian Dörrbach, die waren dann direkt zu mir an der Seite und haben probiert, erstmal die Schuhe auszuziehen, zum Beispiel, mir erstmal richtig hinzulegen. Und als auf einmal meine Schuhe dann weggelaufen sind und ich merkte, okay, ich habe das jetzt gar nicht gemerkt, wenn meine Schuhe ausgezogen worden sind, habe ich dann zu Max Levy direkt gesagt, du, Max, das mit Laufen, das ist nicht mehr. Und das hat mir vielleicht auch in der Verarbeitung ganz, ganz gut geholfen oder schnell geholfen, weil als ich erst im ersten Koma aufgewacht bin und mir Herr Dr. Niedecken dann gesagt hat, ich bin querschnittsgelähmt von der Brust an, war es für mich nur okay, also war die Erstvermutung, war halt, war korrekt. Haben Sie eigentlich in der Zwischenzeit, 500 Monate liegen ja dazwischen, zwischen dem Unfall und jetzt jemals mit dem anderen Bahnradsportler gesprochen, mit dem Sie zusammengeknallt sind? Nein, noch nicht, da gab es keinen Kontakt. Also der holländische Verband hat mir einen extrem großen Blumenstrauß geschickt und auch eine schöne Karte. Ich habe auch mit anderen holländischen Fahrern schon Kontakt gehabt, die habe ich auch besucht, aber mit ihm selber noch nicht. Ich musste in Vorbereitung auf diese Sendung über eine Geschichte, da saß ich zu Hause und habe wirklich gedacht, diese Frau ist wirklich irre beeindruckend. Und zwar, als Sie diesen Moment geschildert haben, als Sie den ADAC-Hubschrauber gesehen haben. Erzählen Sie uns das nochmal. Ja, verrückt. Ja, manchmal, vielleicht kommen die Beamten da mit mir durch, ne? Ich dachte, super passiert ist die Frau. Ich musste dann von der Unfall ist am Cottbus passiert und ich musste dann nach Berlin geflogen werden. Ich bin ganz froh, weil die Leute und das Team im UKB in Berlin einen super, super Job gemacht haben. Ich denke, ohne die wäre ich jetzt nicht so hier, aber ich wurde tatsächlich mit dem ADAC-Hubschrauber geflogen und lag dann da, total komatös eigentlich, mit Schmerzmittel vollgepumpt und guckt und sah, Ja, ADAC, ich bin ADAC-Plus-Mitglied. Ist gut. Bescheidert, ne? Und dann ging es ins Krankenhaus. Dort waren Sie auch eine ganze Weile und haben auch gesagt, das war so die grausamste und auch die härteste Zeit für Sie. Dann ging es in die Reha. Sie gehen sehr offen mit all dem um. Sie sind sehr aktiv auf Instagram. Da sieht man zum Beispiel auch Ihre Übungen, wie Sie versuchen, aus dem Rollstuhl zum ersten Mal ins Bett sich reinzuhieven. Was würden Sie sagen, Stand heute, was geht schon ganz gut und wo sagen Sie, ah, da muss ich noch ran? Also das ins Bett geht schon ganz gut, wobei ab und zu mal liege ich doch noch daneben. Irgendwie, ich weiß auch nicht. Manchmal klappt es aber nicht. Ja doch, also die Transfere, die klappen ganz gut mittlerweile. Ich traue mich jetzt auch mal so Höhentransfere zu machen. Zum Beispiel von der Couch in den Rollstuhl, was doch sehr schwierig ist, weil die Couch normalerweise ein Stückchen tiefer ist als die Sitzfläche auf dem Rollstuhl. Und da braucht man schon ein bisschen so Druck. Und was jetzt nach und nach ich gut kann, also ausarbeite, ist vom Boden in den Rollstuhl. Und das ist wirklich Ferrari-Klasse. Aber man merkt auch, Sie sind ja auch so ein bisschen jemand, der ungeduldig ist, der will ganz viel, ganz schnell. Sie können ja mittlerweile wirklich schon eine ganze Menge. Was mich auch, muss ich ganz ehrlich sagen, wirklich beeindruckt hat, ist, wie unfassbar positiv mit all dem auch umgehen. Sie sagen ja auch, Sie hatten einen Schutzengel. Ich würde, glaube ich, man weiß nie, wie es dann ist. Aber ich glaube, ich würde irgendwie fragen, wo war denn mein Schutzengel? Wie kommt das, dass Sie jetzt dem auch noch was Positives abgewinnen können? Man hat einfach nicht vergessen, dass ich über 60 Karma hatte. Und ich habe innerhalb von zwei Metern gebremst. Also man kann schon sagen, dass ich nie gegen eine Mauer gefahren bin. Und was vielleicht, man vergisst, dass auch mein erster Halshaube gebrochen war. Das heißt, ich hätte durchaus auch ein Tetraplegiker sein können. Sprich vom Hals am gelähmt sein. Mit sogar vielleicht gar keiner Armfunktion. Und von daher geht es mir mit der Lebungshöhe schon super. Ich kann ja alles machen. Ich werde ja eigenbestimmt auch leben können. Und ich hätte auch tot sein können. Von daher hätte er eine Fahrradkette. Also nie gehadert, nicht einen Moment? Natürlich, wenn man mal so andere Patienten sieht. Der Querschen ist ein unheimlich breites Verletzungsmuster auch. Ich habe Leute kennengelernt, die können gehen, trotz Querschengelebens sind. Weil sie vielleicht einen inkompletten Schnitt haben. Bei mir ist das Rückenmark ja komplett getrennt. Und wenn ich dann so diese Alibi-Querschengelebens sehe, die dann doch mal aufstehen können, dann denke ich mir so, wäre schon schön eigentlich, wenn man mal die Transferre leichter machen könnte. Oder einfach mal aufstehen könnte, dass ich die Hose besser anziehen könnte. Also wenn jemand mal probiert, sich im liegenden Hosen anzuziehen, das ist echt schwer. Wirklich. Und aufstehen wäre halt schon schön. Aber dann denke ich wieder, mein Halshaube war gebrochen. Mich hätte es auch viel, viel schlimmer treffen können. Und von daher bin ich dann ja doch schon ganz dankbar, dass ich doch so bin. Es gibt meine Schwester, wenn sie zugucken sollte. Ich habe immer so ein Gedankenspiel. Und meine Schwester hasst diesen Satz immer, wenn ich sage, stell dir mal vor. Dann weiß ich schon, ach Gott, jetzt kommt die wieder. Aber stell dir doch mal, also kommen so Gedanken wie, wäre ich eine Sekunde später aufs Rad? Wäre ich ein Stück weiter unten, ein Stück weiter oben? Oder haben Sie komplett damit abgeschlossen? Schon, weil das vielleicht auch die Vorbereitung vom ersten Unfall war, die mir jetzt da hilft. Ich habe in der Aufarbeitung vom ersten Unfall mir wirklich einfach gelernt, die Fragen nicht zu stellen, weil man sie nicht beantworten kann. Das wie, warum, weshalb, das ist halt einfach so. Die Fragen bringen an der Aufarbeitung nicht weiter, weil man sie nicht beantworten kann. Dann wäre ich, keine Ahnung, nicht so schnell gewesen, wäre ich oben, unten gefahren, wie auch immer. Also es ist, wie es ist. Und die Fragen, die kann man nicht beantworten. Und von daher, was soll ich es mir stellen, wenn ich es nicht gar nicht an drauf habe? Was ich machen kann, ist, ich kann gut an mir und hart an mir arbeiten. Ich kann die Geschichte raustragen und anderen Motivationen geben. Und mir dann auch ein Stück weit selber. Aber ja, das ist halt, das bringt einen nicht weiter. Und ich möchte diese Gedanken gar nicht zulassen, weil ich habe positive Gedankenstörungen im Körper. Und das gehört zu mich rein und nichts Negatives. Ja. Applaus Ja, das muss man erstmal wirklich so für sich auch hinkriegen. Und zwar nicht nur sagen, sondern ja auch tatsächlich wirklich auch danach leben. Kann ich mir vorstellen, dass das nicht immer ganz einfach ist und dass es sicherlich auch mal dunkle Momente gibt. Jetzt haben Sie ja gerade erzählt, Mensch, zieh dir mal eine Hose an, wenn du da auf dem Bett liegst. Und die Beine sind ja völlig taub und spüren nichts. Ich habe vorhin gesagt, wir haben uns vorher schon mal ausgetauscht und ich darf jede Frage stellen. Und wir haben bei dem Gespräch auch in Ansätzen schon darüber gesprochen, weil ich einfach auch seit über zehn Jahren mit Menschen mit Behinderung viel zusammen mache und viele kennengelernt habe. Und die sind sehr, sagen wir mal, entspannt auch bei diesen Fragen und sagen immer, frag ruhig, ist alles okay, ist alles erlaubt. Haben Sie tatsächlich auch schon mal darüber nachgedacht, sich die Beine amputieren zu lassen, weil sie ja zum Teil vielleicht auch im Weg sind wie ein Hindernis, wie eine Belastung? Ja, das ist schon eine ganz, ganz ehrliche Antwort. Ja, schon. Es gab mal eine Zeit, wo ich dann angefangen habe, die ersten halben Stunden zu sitzen und dann versucht habe, zu duschen oder mich im Bett zu wenden und dann festgestellt habe, die Beine sind schon echt schwer. Ja, würde ohne Beine, würde es doch leichter gehen. Und da waren schon mal so ein, zwei Männer, wo ich dachte, jetzt abmachen, dann wären sie, wäre leichter vielleicht. Aber die gehören ja zu mir. Die sind ja da und die machen ja immer noch was. Nur weil ich sie jetzt bewusst nicht ansteuern kann, sind sie ja da. Und die haben mich jetzt 28 Jahre lang getragen und ich würde sie schon schmerzlich vermissen, wenn sie nicht mehr da wären. Von daher ist dieser Gedanke ganz, ganz schnell weggegangen und ich bin froh, dass sie da sind. Ist denn auch ein bisschen Hoffnung da, dass vielleicht doch nochmal in den nächsten Jahren eine Therapie, eine Möglichkeit, eine Operation, ich habe keine Ahnung was, dann, dass man vielleicht nochmal ein bisschen was spürt? Mir sagt niemals nie, die Medizin ist momentan unheimlich weit und es gibt ja extrem viele Therapien noch, die man probiert und die ersten Inkompletten, die hat man schon versucht, da zu operieren, dass die auch laufen können. Mal gucken. Erstmal muss ich mit mir selber klarkommen und ganz fit werden und dann schauen wir mal, ob das für mich soweit ist. Sagt niemals nie, wer weiß es, aber ja. Sie sind wirklich ein irre positiver Mensch, der sehr abgeklärt, so wirkt es jedenfalls heute auch wieder, mit all dem umgeht, sehr offen darüber spricht. Ich glaube auch für viele Menschen, die auch eine Behinderung haben, auch ein Vorbild ist oder sein kann. Ich weiß aber eben auch von den Menschen, mit denen ich viel zu tun habe, dass es auch diese dunklen Momente gab oder gibt oder dann irgendwann auch kommen werden. Ob es daran liegt, dass wir sozusagen Menschen mit Behinderung auch hindern und behindern, obwohl sie gar nicht sich selbst so behindert fühlen, aber es liegt viel an unserer Gesellschaft auch. Haben Sie schon Gedanken auch in diesen dunklen, tiefen Löchern gehabt? Haben Sie über Selbstmord nachgedacht? Nein, Selbstmord. Niemals. Natürlich gibt es auch mal schwarze Momente, wo man etwas ärgert und man einfach denkt, oh Mann, jetzt irgendwie das Fenster aufmachen, ich muss erst einen Rollstuhl, das nervt mich, das dauert zu lange. Nein, aber natürlich gibt es manchmal, wo es nervt, ich würde einfach gerne wirklich aufstehen können. Und einmal war ich ganz sauer und wollte im Niesbaden für irgendwas dagegen treten, bis mir aufgefallen ist oder wieder eingefallen ist. Das geht ja nicht mehr. Aber jetzt, das Leben geht ja weiter, das ist ja trotzdem schön und ich kann ja trotzdem superschöne Sachen machen. Einfach anders. Nicht mal als Fußgänger jetzt als im Rollstuhl. Von daher, also daran darf man nicht denken. Jetzt kann man eins sagen, ich glaube, Geschwindigkeit war immer ein Bestandteil Ihres Lebens und der Sport hat Christina Vogel abgebremst, aber ganz bestimmt nicht ausgebremst. Und das macht einfach wirklich total Spaß und ist so lebensbejahend und so positiv, was Sie hier heute auch bisher gesagt haben. Bisher, das sage ich deshalb, weil wir wollen natürlich gleich noch ein bisschen weitersprechen über die Zukunft, Zukunftspläne und auch über natürlich Freunde und Familie und den Halt, den Sie im Leben spüren. Christina Vogel, bis hierher. Vielen Dank. Danke. Vielen Dank. Sie spielen Basketball, haben es auf jeden Fall versucht. Sie machen Bogenschießen und ganz viele andere Dinge und dann haben wir uns überlegt, wir machen einen Trick. Wir haben einfach Ihren Kollegen gefragt und der stellt die Frage auch. Max Levy. Jetzt. Sie wird irgendwas brauchen, damit sie zufrieden ist. Irgendwas, wo sie ihre Energie reinsteckt. Von der hat sie ja genug. Und da hoffe ich, dass sie da irgendwas findet, wofür sie sich begeistern kann. Und was könnte das denn dann sein, was sie begeistern könnte? Ich bin zwar auch ungeduldig, aber jetzt habe ich mal Geduld. Jetzt haben wir Zeit. Also, liebe Sportvereine, Bewerbung nehme ich an. Nein, ich will alles probieren erst mal. Es macht viel Spaß. Ich habe ja als Radsportler, man lacht immer, Radsportler können nur Fahrrad fahren. Ich bin ein Beispiel dafür. Also, zum Glück sieht man der Mats nicht, wie gut oder schlecht ich die Körbe treffe beim Basketballspielen. Also, gut. Ich will alles probieren. Ich habe im Kanu gesessen. Basketball macht total Spaß. Auch ein bisschen wie Kairin fahren, wenn man so Rollstuhl und Rollstuhl so anbumpsen kann. Macht dann auch Spaß. Bogenschießen ist auch cool, weil man sofort ein Ergebnis sieht. Also, ich will alles mal ausprobieren irgendwo und auch Handbike fahren. Ich habe das Handbike bestellt. Ich meine, Sie haben gesagt, Sie wollten immer auch noch eine Goldmedaille. Also, Sie haben elf sowieso schon echt unfassbar. So eine zwölfte bei so einer anderen Sportart. Wäre eigentlich nicht so schlecht, ne? Ja, also, wie gesagt, jetzt werde ich doch verleibt, dir irgendwas zu sagen, was ich sagen möchte. Wirklich. Nein, ich bin körperlich einfach nicht so fit, um an einem Sport zu denken. Ich brauche locker noch zwei bis vier Jahre, um überhaupt konkurrenzfähig zu sein. Und ich gehe nicht zurück, um zu verlieren. Wenn, dann will ich, ja, ich will halt gewinnen, ne? Es ist halt... Das bleibt in einem drin, ist doch klar. Das bleibt in einem drin, ist doch klar. Christina Vogels, ich habe es gerade schon gesagt, Sie sind wahnsinnig erfolgreich. Eine Radsportlegende, so kann man das schon sagen. Und auch uns ist dann erst mal bewusst geworden, als wir Sie eingeladen haben, dass das Ihr allererster Auftritt im aktuellen Sportstudio ist, obwohl Sie so erfolgreich sind. Und noch mal nachdenklicher wurden wir, als wir auf Twitter folgende Frage auch von einem Zuschauer bekommen haben, der im Grunde sagt, ist das nicht eigentlich krass, dass Sie jetzt erst, wo Sie den Unfall hatten, dass man jetzt erst den Fokus auf Sie auch so lenkt und dass plötzlich die Aufmerksamkeit da ist? Nehmen Sie das auch so wahr? Muss man ja auch fast eigenkritisch und selbstkritisch an unserer Stelle auch mal feststellen. Ja und nein, das hat ja alles immer zwei Seiten der Medaille. Natürlich glaube ich, dass vielleicht so die Welt jetzt erst mitbekommen hat, wie erfolgreich ich eigentlich gewesen bin, dass ich ja gar nicht so schlecht war in meinem Sport. Und man braucht halt immer irgendeine krasse Sensation halt irgendwie auch, was halt schwierig ist. Aber es tut meinem Sport unheimlich gut, die Medienpräsenz, die wir jetzt bekommen, der der Bahnsport bekommt, das tut denen einfach gut und es macht Spaß, so viel Randsportarten jetzt einmal präsenter am Fernsehen zu sehen. Und ich sehe es als Chance eigentlich, dass wir nicht nur diese Main-Sportarten haben, Fußball, Biathlon, dass jetzt mit mir vielleicht auch andere Sportarten und vor allem auch Parallelsportarten die Chance haben, auch mal zu atmen, sich mal zu zeigen. Das ist der Sport auf der einen Seite. Sie hatten früher immer so fünf Jahrespläne. Jetzt müssen Sie, glaube ich, anders takten, anders gucken. Worauf legen Sie jetzt gerade Wert? Familie, Freunde, Sie müssen Ihr Haus umbauen, was Sie mit Ihrem Freund vor zwei Jahren gebaut haben. Also wo geht Ihre andere Energie hin? Aktuell freue ich mich nächste Woche Freitag, also den kommenden Freitag werde ich endlich entlassen. Halbes Jahr Krankenhaus reicht und ja, Familie zu Hause, Weihnachten, ganz, ganz großer Tannenbaum, das wird tüchtig sein. Gut ist, wenn die Bude vollgestellt ist, weil so viele kommen, kann ich nicht im Wohnzimmer rumfahren, also muss ich bedient werden. Ist auch gut, ne? Und apropos Familie, also gibt es Familienplanung? Ja, natürlich, ich wäre gerne Mama irgendwann. Michael muss mir ein Mädchen machen. Ich brauche erst was zum Anziehen. Aber das schiel mir erst mal nach hinten. Der Wunsch ist, glaube ich, angekommen. Der Freund sitzt hinterhin und kriegt immer größere Ohren und Augen auf jeden Fall. Wir haben uns, als wir uns gesprochen haben, auch über einen Hund unterhalten. Einen Assistenzhund. Wäre das was für Sie? Jetzt kann Michael nicht mehr Nein sagen. Und zwar war das so, dass ich, ich bin ein Teil der Hundemenschen, ich wollte immer einen Hund haben, aber es hat keinen Sinn gemacht. Ich war ja so oft unterwegs, dass der Arme oder die Arme muss natürlich immer zu Hause sein. Aber jetzt habe ich ja Zeit. Und jetzt wäre es eine super Ausrede, wenn ich sagen kann, jetzt muss es sein. Jetzt muss es sein. Das kann er nicht mal Nein sagen. Ich glaube, aus der Nummer kommt er auf gar keinen Fall mehr raus. Christina Vogel, Sie kommen aus, glaube ich, ganz vielen Dingen auch nicht unbedingt raus. Sie wollen nach vorne. Sie wollen das Leben genießen. Und Sie sind so lebensfroh. Und am Anfang dachte ich, das kann doch alles gar nicht wahr sein. Sie sind so authentisch und glaubwürdig. Und man kann Ihnen nur wünschen, dass Sie genauso bleiben und dass Sie sich das alles beibehalten. Vielen Dank für Ihren Besuch heute. Christina Vogel. Danke. Vielen. Vielen.